Jesus kennen vs. über Jesus wissen was ist der Unterschied? Fanseiten und Zeitschriften helfen uns bei der Beantwortung dieser Frage. Bewunderte Fans von Film, Fernseh, Musik oder Sportstars geben Geld und Zeit aus, um Informationen, Fotos und Leckerbissen über ihre Lieblingsstars zu bekommen. Nachdem sie sich mit solchem Material beschäftigt haben, haben die Fans das Gefühl, ihre Helden wirklich zu kennen. Aber tun sie das auch? Sie kennen vielleicht bestimmte Fakten über ihren gewählten Helden. Sie können vielleicht das Geburtsdatum, die Lieblingsfarbe und die Haustiere aus der Kindheit nennen, aber wenn sie diese Person von Angesicht zu Angesicht treffen würden, was würde der Held dann sagen? Kennt der Fan seinen Helden wirklich? Jesus antwortet auf diese Frage in Matthäus 7,21,23 Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweint, und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan. Dann werde ich ihnen klar und deutlich sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr Übeltäter. Zur Zeit Jesu gab es Menschen, die sich für seine Freunde hielten, weil sie das Gesetz kannten, strenge Regeln für sich und andere aufstellten und auf seine Lehre hörten. Sie folgten ihm, applaudierten seinen Wundern und mochten einiges von dem, was er sagte. Aber Jesus nennt sie Übeltäter und sagt, ich habe euch nie gekannt. Heute gibt es Tausende, die über Jesus Bescheid wissen, das heißt, sie kennen einige Fakten über ihn, sie können sich vielleicht einige Bibelferse merken und vielleicht besuchen sie sogar die Kirche. Aber sie haben nie zugelassen, dass diese Fakten zu ihrer persönlichen Realität werden. Sie halten das Wissen in ihrem Kopf fest, ohne zuzulassen, dass die Wahrheit in ihr Herz eindringt. Jesus erklärt das Problem, diese Menschen ehren mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Sie beten mich vergeblich an, ihre Lehren sind nur menschliche Regeln, Matthäus 15,89 Markus 7,6. Es kann leicht sein, Religion an die Stelle einer echten Beziehung zu Jesus zu setzen. Wir denken oft, dass es nur darauf ankommt, dass wir christliche Dinge tun. Wir können die Fakten von Jesu Tod und Auferstehung anerkennen, aber solange wir ihn nicht zu unserem Herrn gemacht haben, nützen uns die Fakten nichts. Johannes 3,16,18 Apostelgeschichte 10,43 Römer 10,9 Es gibt einen Unterschied zwischen intellektueller Zustimmung und rettendem Glauben. Jesus zu kennen bedeutet, dass wir sein Opfer für uns angenommen haben. 2. Korinther 5,21 Wir bitten ihn, der Herr unseres Lebens zu sein, Johannes 1,12 Apostelgeschichte 2,21 Wir identifizieren uns mit ihm in seinem Tod und betrachten unser altes Selbst als mit ihm gestorben, Kolosser 3,3 Römer 6,2,5 Galater 6,14 2,20 Wir nehmen seine Vergebung und Reinigung von der Sünde an und streben danach, ihn in inniger Gemeinschaft durch seinen Heiligen Geist zu kennen. Johannes 17,3 Philippa 3,10 1. Johannes 2,27 Wenn wir unsere Sünde bereuen und unser Leben ihm übergeben, gibt Jesus uns den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 2,38 Johannes 14,26 16,13 Der Heilige Geist kommt und lebt in uns und verändert uns für immer 1. Korinther 6,19 1. Johannes 3,9 Die Fakten, die wir über Jesus wissen, werden lebendig, wenn wir ihn persönlich kennenlernen. Nehmen wir an, sie haben gelesen, dass ihr Lieblingsfilm Starr grüne Augen und ein Grübchen im Kinn hat. Diese Eigenschaften sind nur Fakten auf dem Papier, bis sie sie von Angesicht zu Angesicht treffen. Plötzlich schauen dich diese grünen Augen an und das Grübchen springt zu ihrem Kinn, wenn sie lächelt. Sie erzählt ihnen von ihrem Tag, ihren Ängsten und ihren inneren Gedanken. Vielleicht erinnern sie sich daran, dass sie diese Tatsachen schon einmal gehört haben, aber jetzt erleben sie sie selbst. Sie wussten schon vorher von ihr, aber jetzt kennen sie sie. Das Abstrakte ist konkret geworden. Dinge, von denen sie dachten, sie wüssten, sie beginnen einen Sinn zu ergeben, wenn sie sich auf eine Beziehung einlassen. Jesus ist eine Person. Ihn zu kennen bedeutet, eine Beziehung einzugehen. Das größte Gebot lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Matthäus 22,37, Markus 12,30, Lukas 10,27 Es ist schwer, jemanden zu lieben, den man nicht kennt. Ihn zu lieben beginnt damit, dass man sich seinem Plan für das eigene Leben hingibt. Das bedeutet, ihn zum Herrn zu machen, Matthäus 6,33, Römer 10,19, Psalm 16,8 Das Wesen Gottes ist so umfangreich und komplex, dass kein Mensch alles über ihn wissen kann, was es zu wissen gibt. Aber im Leben geht es darum, ihn ständig zu suchen, mehr über ihn zu erfahren und seine Gemeinschaft zu genießen, Jeremia 29,13, Philippa 3,8 Bildanhang, Groß Jesu